Im Sommer 99 dachte ich noch, mein Führerschein wäre wahrscheinlich das Aufregendste, was mir passieren könnte. Da hatte ich noch keine Ahnung, wie unberichtbar das Leben sein kann. Und wie nah doch manchmal der größte Schmerz und das größte Glück nebeneinander liegen. Danke, aber ich glaube, das hätte ich auch noch alleine hinbekommen. Eigentlich gehört die Hälfte jetzt mir. Wie geil ist das denn? Ich wusste doch, dass ich den kenne. Was machst du eigentlich, wenn du mal alt und hässlich bist? Darüber mache ich mir keine Sorgen. Egal, was du bei ihm suchst, du wirst es nicht finden. Danny ist nicht der strahlende Ritter auf dem weißen Pferd. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg. Das will ich aber nicht. Jessica, mit jemandem zusammenzuziehen, das ist ein Riesending. Ihr habt doch alle Zeit der Welt. Hau nimmst nicht. Was heißt das? Hau nimmst du, äh, Aids? Nein, ich meine nicht Aids. Ich meine HIV-Positiv, das ist ein Unterschied. Ich will dir nur helfen, okay? Ich brauche deine verschissene Hilfe nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will jetzt einfach verstehen. Was willst du denn verstehen? Ich werde niemals eine normale Beziehung führen. Siehst du da hinten, dort wo sich Himmel und Erde berühren. Dort kann man zwischen den Welten hin- und herspringen. Da können die Toten die Lebenden besuchen. Und umgekehrt. Die handc ideological Beziehung ist in der Verbindung. W 51-Hello! W 51-Hello! W 51-06 W 91-11 W defeated